It's always a word inside of music. Ja moin meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren langweiligen, billigen und schlechtem Video meinerseits für euch. Worum geht's heute? Um GTA 5, ist klar. Worum denn auch sonst? Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum die Preise in GTA Online bei manchen Fahrzeugen so niedrig sind und bei manchen Fahrzeugen so hoch? Das habe ich mich auch gefragt und zwar habe ich mal einen kleinen Vergleich gemacht zu den GTA Preisen, also was jetzt Autos angeht. Autos, ich habe ein paar Autos rausgesucht und einen Roller und ein Flugzeug. Und ich habe mich mal gefragt, wie unterscheiden sich die GTA Preise von den Real Life Preisen, also wie diese Preise in echt sind. Das Ganze habe ich mal nachgeschaut für euch und mache jetzt einfach random billiges Video für euch darüber und es würde mich freuen, wenn ihr diesen billigen Video einfach mal einen Daumen nach oben da lassen würdet, Freunde. Nein, Spaß beiseite. Und zwar fangen wir einfach mal an mit dem Edda. Der Edda ist nur ein Beispiel Autos jetzt. Der Edda kostet in GTA 5 hier eine Million GTA Dollar. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, welches Auto ist der Edda eigentlich? Der Edda ist in echt der Bugatti Veyron Supersport. Das ist das Auto in echt. So, aber was kostet dieser Bugatti Supersport in echt? Das Ganze habe ich mal aufgelistet und werde euch mal die Preise auch sagen und hinterher werde ich euch alle Preise nochmal einblenden. So, wie gesagt, der Edda kostet hier in GTA eine Million Dollar. Der Edda ist in Wirklichkeit der Bugatti Veyron 16.4 Supersport. Der kostet aber in Real Life 1,2 bis 1,8 Millionen Euro. Das ist mal gar nicht so ein großer Unterschied. Aber wir haben ja noch andere Fahrzeuge, die wir testen. So, und zwar haben wir jetzt zum Beispiel den nächsten. Das ist der Pegassi Vaca. Und zwar der hier. Den kennt ihr ja alle. Und jetzt ist mein GTA wieder abgestürzt. Oh, ich liebe das. So, da sind wir wieder. Keine Sorge, der Junge, der die Tastatur vor dem Maul gekriegt hat, dem geht es ganz gut. Also keine Sorge. So, wo war man stehen geblieben? Genau, beim Pegassi Vaca. Der kostet in GTA 5 240.000 GTA Dollar. Ist auch nur ein Beispielauto. Aber die Frage ist, was für ein Auto ist das in Real Life? Und was kostet er in Real Life? In Real Life ist der Pegassi Vaca, der Lamborghini Galado. Und Kosten tut er in Real Life. Ich nehme immer die Neupreise. Das hatte ich vorhin beim ersten Auto nicht erwähnt. Ich gehe immer nach den Neupreisen, was diese Fahrzeuge neu kosten. Nicht gebraucht. Weil in GTA kann man ja auch keine gebrauchten Wagen kaufen. Obwohl das eigentlich mal eine Idee wäre, Gebrauchtwagenhandel bei GTA einzuführen. Das wäre eigentlich mal nicht schlecht. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Aber nun gut. Was kostet der in Real Life? Und zwar kostet der, wie gesagt, in GTA 5 kostet der 240.000 und in Real Life kostet der 229.560 Euro. Auch mal nicht so ein großer Unterschied. Gehen wir mal weiter. Und jetzt kommen wir zu dem Entity XF. Der Entity XF ist ja auch ein Supersportwagen in GTA 5. Und was kostet der in GTA 5? Und zwar könnt ihr es hier sehen, 795.000 GTA Dollar kostet der in GTA 5. Frage ist jetzt wieder, was für ein Auto ist das in Real Life? Und was kostet dieses Auto? In echt, also in Wirklichkeit, ist das der Königseck CC 8S. Das ist der Original. So. Und in Real Life kostet dieser 530.000 Euro. Machen wir weiter mit dem Progen T20. Was kostet der Progen T20 in GTA? Es ist kein Schnäppchen. Auf jeden Fall kostet er 2,2 Millionen GTA Dollar. Nicht gerade ein Schnäppchen. Aber was für ein Auto ist das in Real Life und was kostet er? In Real Life ist der Progen T20 der McLaren P1. Und der McLaren P1 hat einen Neupreis, wenn man ihn neu kauft, von 1,1 Millionen Euro. Also hat Rockstar Games 1,1 Millionen Dollar obendrauf gepackt. Also für den GTA-Preis könnte man sich 2 McLaren in Real Life holen. Da frage ich mich, leckt mich am Arsch. Warum packen die einfach das Doppelte an Geld obendrauf, was dieser Wagen eigentlich ursprünglich kostet? Naja, wir werden es wohl nie erfahren. Gehen wir mal weiter. Jetzt wird es noch ein bisschen lustiger, Freunde. Und zwar kommen wir zu dem Roller. Und zwar ist das dieser hier. Der Pegasi Fatio Sport. Leute, zieht euch den Preis rein. Dieser Roller kostet in GTA 5 47.500 GTA-Dollar. Leute, ein Roller 47.500. Hat der Goldfelgen oder was? Gut, habe ich mir gedacht. Schaust du dich mal nach oben und schaust mal nach, was dieser Roller eigentlich in Real Life ist. Und ich bin auch ziemlich schnell fündig geworden, weil es gibt eine Seite, wo Rockstar Games ihre Autos anzeigt, woher sie eigentlich wirklich stammen. Da bin ich drauf gewesen und habe gesehen, dass das der Peugeot Celic ist. Warum kostet der in GTA einfach mal fast 48.000 und in Real Life maximal 1.200? Da stellt sich mir wieder einmal die Frage, woher nehmen die diesen Gottverdammten Preis? Mir bleibt, wenn ich sowas sehe, manche bleiben mir echt die Worte weg und ihr hört es auch schon. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Aber nun gut, wir haben ja noch ein Fahrzeug auf der Liste. Beziehungsweise kein Fahrzeug, sondern ein Flugzeug. Und zwar der Milejet, der Mealjet oder wie man den auch immer nennt. Ich habe den ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie geflogen, obwohl er da ist. Und auf jeden Fall kostet er hier in GTA 5 1,7 Millionen GTA Dollar. Ein richtiges Schnäppchen für ein Flugzeug, muss ich sagen. Aber was kostet dieser in Real Life und was ist das eigentlich für ein Flugzeug in Real Life? Und zwar ist das der Bombardier CRJ 200. Aber was kostet der eigentlich? Und zwar sind wir im Real Life bei einer stolzen Summe von 40 Millionen Euro. Entschuldigung, nicht GTA Dollar. 40 Millionen Dollar. In GTA 5 kostet er 1,7 Millionen und im Real Life eigentlich mal so 40 Millionen. Und schon wieder ist ein Preisunterschied da, wo ich nicht verstehen kann, wie dieser zustande kommen kann. Das teuerste Flugzeug, was wir ja in GTA 5 haben, ist dieses goldene Flugzeug da. Dieser Luxor Deluxe, genau so heißt er. Und der kostet ja 10 Millionen. Stellt euch mal vor, wir würden für den Jet jetzt hier, diesen Milejet, 40 Millionen Dollar zahlen. Das wäre ja schon ziemlich herbe. Nun gut, und hier habe ich nochmal alle Preise für euch aufgelistet. Und hier könnt ihr das sehen. Der Bugatti ist der Edda und der Original kostet 1,2 Millionen, der Edda 1 Million. Der Lamborghini Galado ist in GTA 5 der Pegasi Wacca. Das Original kostet 229.560. In GTA 5 kostet er 240.000 Dollar. Der Königsegg CC8S kostet 530.000 Euro in Real Life. In Wirklichkeit ist es der Entity XF und der kostet in GTA 5 795.000. Der McLaren P1 ist in Real Life für 1,1 Millionen zu haben. Und in GTA 5 ist es der Progen T20 mit 2,2 Millionen GTA Dollar. Der Peugeot Cilic ist für 1.000 bis 1.200 Euro zu haben. In GTA 5 ist es der Pegasi Faggio Sport und er ist für stolze 47.500 GTA Dollar zu haben. Der Bombardier CRJ 200 ist in Real Life der Milejet. In Real Life kostet er 40 Millionen und in GTA 5, also die GTA 5 Version kostet hier einfach mal nur 1,7 Millionen. Beantwortet mir mal folgende Frage. Was denkt ihr, wo Rockstar Games diesen Preisunterschied hernimmt? Schreibt mir mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Da würde mich mal echt interessieren, was ihr darüber denkt. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dieses Billig-Video, dann gebt dem Ganzen einfach einen Daumen nach oben, um mich nicht zu traurig zu machen. Abonniert diesen Scheiß-Kanal, wenn du es noch nicht getan hast, mein Freund. Ansonsten war es das von mir. Ich bin raus und sage noch, bleibt gesund, meine lieben Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao. Ciao.